Vielen, vielen Dank. Auch von meiner Seite nochmal an alle ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Und das ist für mich vor allem auch was Besonderes, jetzt die Netzwerktreffen hier vorzustellen, weil sie in den Jahren 2021 und 2022 größtenteils, also zumindest die wir vom Bundesverband umgesetzt haben, digital stattgefunden haben. Und wir heute ein ähnliches Format, ein ähnliches Veranstaltungsformat haben, was Gott sei Dank in Präsenz stattfindet. Gleichzeitig habe ich die traurige Aufgabe, jetzt nach dem Mittagsloch und den traurigen, harten Fakten für Stimmung zu sorgen. Vor allem jetzt im ersten Teil von meinem Vortrag soll es jetzt erstmal rein um die Ergebnisse unserer Netzwerktreffen gehen. Das Ganze soll aber vor allem inhaltlich aufbauend sein für eine folgende Podiumsdiskussion, die wir mit Ihnen allen gemeinsam offen gestalten möchten. Also ich werde Leitfragen und Schlüsselthemen eben in den Raum bringen. Und alle sind dazu eingeladen, eben eigene Themen oder Erfahrungen dort mit einzubringen. Und ich bin sehr gespannt, wie wir das gemeinsam meistern. Hier erstmal noch ein kleiner Blick hinter die Kulissen unserer Online-Netzwerktreffen. Das war damals ein Zoom-Meeting mit circa 40 Personen. Und manche Termine haben eben, wie schon erwähnt, glücklicherweise in Präsenz stattfinden können, das hier in Berlin und Brandenburg. Die Ziele aller in unserem Netzwerktreffen, egal ob Landesverband oder Bundesverband, digital oder in Präsenz, waren die gleichen. Wir haben mithilfe von externen Beiträgen über aktuelle Forschungsergebnisse zum Zustand der Wälder und den Zusammenhängen mit dem Klimawandel informiert. Beispielsweise war 2021 das rheinland-pfälzische Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen mit an Bord und war so freundlich, uns einen eindrucksvollen Vortrag zu halten. Ich habe Ihnen hier einmal noch die dort stattgefundene Baumscheibe mitgebracht, die die Warmingstripes mal auf eine andere Art darstellt. Also eben den Temperaturanstieg seit 1880 bis 2018 auf der Nordhalbkugel. Wir hatten sie jetzt schon in den Vorträgen davor entweder als trockene Kurven oder eben auch in diesen Warmingstripes gesehen. Hier mal eine ganz erfrischende Darstellung als Baumscheibe. Des Weiteren hat unsere geschätzte Kollegin Ulrike Schuth vom Bundesverband auch heute hier anwesend und später auch auf dem Podium bestimmt mit dabei, die Teilnehmenden über die vielseitigen und bedeutsamen Potenziale von BNE im Wald, ja, ihnen diese Potenziale nahegelegt. Außerdem ging ihr Vortrag auf die kategoriale Bildung nach Wolfgang Klaffki und weitere Aspekte eines zeitgemäßen Bildungsverständnisses ein. Ich empfehle allen, Ihnen diesen Vortrag nochmal auch als Online-Aufzeichnung anzuschauen. Wie gesagt, mein erster Teil des Vortrages ist weniger inhaltlich, aber das als kleiner Teaser. Um unserem vollständigen Projektnamen Bildungsnetzwerk Wald und Klima noch mehr gerecht zu werden, zielten die Netzwerktreffen auf einen intensiven Austausch unter den Teilnehmenden sowie deren Vernetzung ab. Auch wie heute natürlich. Angeleitete Gruppenarbeiten wie beispielsweise ein sogenanntes Wunschcafé ermöglichten uns, die Stimmen und Argumente sowie Erfahrungen der Teilnehmenden zu bündeln, am Ende auch aufzubereiten. Auf die wichtigsten Ergebnisse von diesem Programmpunkt, also des Wunschcafés, gehe ich jetzt gleich auch nochmal näher ein, weil sie eben auch Grundlage sein sollen für unser Podium. Mehrfach beworben heute wurde schon der Bildungs-Server Wald. Hier möchte ich einmal live mit Ihnen die Seite besuchen, denn uns war vor allem wichtig, auch während des gesamten Projektes, über die Vielzahl an Bildungsangeboten, passend zu unseren Themen, auch von anderen Institutionen zu informieren. Und deswegen haben wir eben online, das finden Sie hier aktuell im Reiter, die Klimakönner und Hilfestellung in der Waldklimabildung, unter Projekte, Materialien und mehr. Das war sozusagen die erste Version des Online-Marktermöglichkeiten. Und wie Sie hier sehen, gibt es Gott sei Dank eine Vielzahl an Institutionen mit entweder Internetseiten zu Informationen, kostenlosen Bildungsmaterialien oder auch buchbaren Programmen. Einige hiervon sind auch heute anwesend, unter anderem unser Projektpartner, die Universität Köln mit dem digitalen Projekt Unser Waldklima. Das können Sie sich heute auf dem Markt der Möglichkeiten auch nochmal detaillierter anschauen. Sie sehen, das Ganze ist eingeteilt in bundesweite Angebote und Anbieter. Und wenn wir jetzt hier ankommen, sehen Sie eben nochmal eine bundeslandspezifische Auflistung, wo wir mit Steckbriefen arbeiten, die Sie ganz einfach als PDF öffnen können und dann eben hier die einzelnen Institutionen inklusive der Kontaktdaten und auch der beispielhaften Angebote eben sich durchstöbern können. Das ganze Angebot richtet sich in erster Linie an Bildungseinrichtungen, PädagogInnen, die eben sich zu unseren Themen schlauer machen wollen beziehungsweise da eben halt auch konkrete Hilfestellungen sich wünschen. Ein wichtiger Hinweis, das Ganze soll jetzt keinen Anspruch der Vollständigkeit haben. Haben Sie also gute Ergänzungen, dann kommen Sie gerne auf uns zu und wir werden eben diese Angebote da auch noch mit auflisten. Im Jahr 2022, also in der zweiten Runde unserer Netzwerktreffen, haben wir diesen Markt der Möglichkeiten nochmal erweitert, denn ein wichtiger Teil unserer Ergebnisse von den Gruppenarbeiten war eben, dass es wie so häufig an Kapazitäten mangelt, vor allem auch an Geld und wir wollten Bildungseinrichtungen Wege aufzeigen, wie man eben an zusätzliche Gelder kommen kann für mehr Natur- und Klimabildung. Dabei haben wir eben erläutert, wie wir eine geeignete Geldquelle für unser Vorhaben finden können, wie wir in der Beantragung vorgehen und dass es auch seitens der einzelnen Angebote auch gute Beratungsservices oder auch Coaching-Angebote gibt. Das Ganze wurde dann nochmal mit regionalen Erfolgsbeispielen unterfüttert und auf der Internetseite eben, wo wir eben waren, da finden Sie eben auch nochmal da die Auflistung. Wir sind noch nicht ganz fertig mit allen Bundesländern, aber auch dort gibt es wieder die Aufteilung zwischen bundesweiten Förderprogrammen oder auch Stiftungen und auch Crowdfunding-Plattformen. Also die Möglichkeiten sind da, nur halt in der Fläche noch nicht bekannt und sollten mehr genutzt werden. Und wenn dann auch die Nachfrage von solchen Angeboten steigt, das hat natürlich auch seinen positiven Einfluss. Des Weiteren haben wir natürlich auch unsere Netzwerktreffen zur Eigenwerbung genutzt und unsere Klimakönnerangebote den Teilnehmenden nahegelegt. Und es gab genauso wie die wissenschaftlichen Vorträge auch Vorträge und Impulse von regionalen Akteuren hier ein paar beispielhaft aufgelistet, teilweise auch heute hier vertreten. Die Videoaufnahmen und ausführlicheren Ergebnisse unserer Netzwerktreffen finden Sie eben auch auf dem Bildungs-Server-Wald. Ich lade Sie hiermit auf jeden Fall nochmal ein, das nachzuholen und sich die Vorträge anzuschauen. Jetzt komme ich zu dem für heute inhaltlich relevanteren Teil. Die umgesetzten, ja also wir haben es Wunschcafé genannt, es lehnte sich an an die Methode Worldcafé, wo eben diese drei Leitfragen im Raum standen und Gruppen einzeln diese Leitfragen bearbeitet haben und mit den Ergebnissen der anderen Gruppen weitergearbeitet haben, sodass wir eben eine große Fülle an Argumenten und Meldungen eben auch hatten. Und genauso wollen wir auch heute vorgehen. Die Ergebnisse aus diesem Worldcafé wurden in aufbereiteter Form, also eine DIN-A4-Seite-Text zusammengefasst und an die jeweiligen Landesministerien für Bildung bzw. Umwelt auch weitergeleitet im Zuge der Einladung zu unseren diesjährigen Netzwerktreffen. Mit Bitte um Stellungnahme und einem ähnlichen Vorgehen möchten wir eben nach dieser Veranstaltung auch das Ganze wiederholen und sozusagen einen Appell aussprechen, einen offenen Brief oder ein Statement veröffentlichen. Und das wäre für Sie eben auch die Möglichkeit, heute Ihre Stimme bei uns abzugeben. Und wir leiten die dann gerne an zuständige Entscheidungsträger dann auch weiter. Also Hauptthema war damals, als auch heute, die strukturelle Verankerung unserer Themen im nationalen Bildungsalltag. Und die erste Leitfrage eben, worin besteht denn die Notwendigkeit einer solchen Verankerung? Wir alle waren und sind uns heute hier auch einig, die Klimakatastrophe ist da, die Folgen stehen vor der Haustür und es ist allerhöchste Zeit zu handeln. Dafür brauchen wir eine umfassende Bewusstseinsbildung, vor allem nicht nur bei privilegierten Gruppen oder den Älteren oder Jüngeren, sondern in allen Alters- und Gesellschaftsgruppen. Nur so ist eben eine gesellschaftliche Transformation möglich. Dabei ist wichtig, das hatten wir ja heute ja auch schon, wenn Herr Rock im Fernseher steht und schlechte Botschaften verbreitet, dann bringt uns das im Endeffekt nicht weiter. Wir brauchen den nächsten Schritt, und zwar das Aufzeigen konkreter Handlungsoptionen, um eben diesem Gefühl der Ohnmacht, die wir teilweise auch selber kennen, aber was eben auch wissenschaftlich bekannt ist, dass es bei der Masse auftritt, dem entgegenzuwirken und motivierend zu kommunizieren. Und es wurde ja auch schon angemerkt, morgen der letzte Teil des Tages wird sich diesen Fragen, diesen Schwerpunktthemen auf jeden Fall noch mal intensiver widmen. Wir haben ein breites individuelles Engagement, das Unterstützung braucht. Und das bezieht sich nicht nur auf das Finanzielle, sondern auch Informative, wie zum Beispiel der Markt der Möglichkeiten und das in der Breite. Und das Ganze hat natürlich dann auch seinen Effekt, damit nicht nur Einzelpersonen, sondern Bildungseinrichtungen als Ganzes ihrer Vorbildfunktionen gerecht werden können und damit naturbezogene Bildung ihre vielseitigen Vorteile für Lehrende und Lernende entfalten können. Die gute Nachricht war, wir konnten natürlich auch viel Positives sammeln. Welche Angebote und Strukturen sind denn bereits vorhanden und hilfreich? Das eben schon angesprochene breite individuelle Engagement. Das ist sicherlich eine positive Entwicklung, doch leider ist es bei weitem zu wenig für eine umfassende gesellschaftliche Transformation. Und dieses Engagement wird unter anderem durch zahlreiche Fortbildungs- und Zertifizierungsangebote unterstützt, genauso auch durch praxisorientierte Bildungsmaterialien. Wichtige Motoren der strukturellen Verankerung unserer Themen sind ganz besonders außerschulische Lernorte, buchbare Bildungsprogramme, die möglichst auch unkompliziert und kostengünstig sind, gleichzeitig natürlich auch fair bezahlt, sowie einzelne Institutionen und öffentlichkeitswirksame Netzwerke, die sich unseren Themen widmen. Zu guter Letzt darf natürlich auch nicht der bundesweite Aktivismus junger Menschen nicht genannt werden. Wir haben es jetzt auch vor ein paar Tagen erst wieder in Berlin gesehen, wie viele Menschen dadurch mobilisiert werden, laut werden und für ihren Willen einstehen. Welche Rahmenbedingungen braucht es für eine strukturelle Verankerung in Zukunft? Da hatten wir vor allem, gerade bei Meldungen von Bildungseinrichtungen her, das Aufstocken des Personalschlüssels. Gleichzeitig aber auch Kapazitäten für Fortbildung, Ausflüge und mehr zu schaffen. Ein Positivbeispiel, was dort dann genannt wurde, es gibt in Thüringen einen Fördertopf, wo sich eben Schulen mit Schulklassen darauf bewerben können, dass solche Ausflüge finanziert werden. Also es gibt solche Angebote im Einzelnen. Sie sind aber auch nicht jedem, auch nicht in dem einzelnen Bundesland bekannt. Und auch da braucht es einfach eine klare Information, eine Koordinierungsstelle im jeweiligen Bundesland, wo sich Bildungseinrichtungen dran wenden können, um diese Information zu erhalten. Für uns im Klimakönnerprojekt war ja ein wichtiger neuer Schwerpunkt, dass wir unsere Fortbildungsangebote eben nicht nur an sowieso schon interessierte Personen weitergeben möchten, sondern die fachliche Qualifizierung von pädagogischem Personal gleich ab der Ausbildung an. Und die Erfahrungen, die wir gemacht haben an den berufsbildenden Schulen, waren durchweg positiv. Also Frau Schnurferl hatte ja auch das Beispiel genannt von dem Schüler, der eigentlich überhaupt keinen Bock hatte, rauszugehen, aber dann einfach geflasht war von den positiven Erfahrungen, die er gemacht hat. Und das Ganze sogar weitergeben möchte. Gleichzeitig halte ich auch für sehr wichtig, dass die direkte Vernetzung nicht nur zwischen außerschulischen Angeboten, sondern auch mit Bildungseinrichtungen direkt intensiviert werden. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist das SDW-Waldcoaching-Projekt, was unter anderem ein Beratungsangebot für Bildungseinrichtungen ist, um eben solche Angebote bekannter und greifbarer zu machen. Hochwertige Bildungsmaterialien müssen nicht nur entwickelt werden, sondern eben auch verbreitet und bekannt gemacht werden. Wir können noch so schöne Broschüren herstellen. Wenn Sie am Ende nicht in der Praxis landen, erfüllen Sie nicht Ihren Zweck. Und auch das wäre eine mögliche Aufgabe von eben solchen zentralen Beratungsstellen. Ebenso gewünscht wurde sich neben dem Ausbau von den direkten Kapazitäten auch ein Abbau von Bürokratie und finanziellen Anreizen, speziell wenn es zum Beispiel um Umbaumaßnahmen ging, von beispielsweise dem Gelände der Kita. Aber auch da muss man direkt an die Träger herantreten, damit sowas überhaupt erst bewilligt oder auch verfolgt wird. Und da bräuchte es auf jeden Fall auch noch mehr Schritte. Und wenn es darum geht, eine Solaranlage aufs Dach zu packen und es scheitert am Ende an der Bürokratie, dann kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Und auch solche Erfahrungen wurden eben mitgeteilt. Mit diesen gebündelten Ergebnissen möchte ich Sie eben heute zur offenen Diskussionsrunde einladen. Was wir damit bezwecken wollen, wir möchten Schwachstellen und Potenziale in der BNE-orientierten Waldklimabildung aufzeigen. Wir wollen uns alle gegenseitig inspirieren und gemeinsam vorankommen und vor allem auch das Positive im Blick behalten, nicht nur meckern, sondern auch Lösungsvorschläge anführen. Demnach sind konstruktive Ideen und positive wie aber auch negative Erfahrungen gerne gesehen, die wir dann eben hier mit aufnehmen. Das kann auch für uns als SCB natürlich als Anregung dienen für zukünftige Projekte, die wir entwickeln können. Genauso kann es aber auch die Notwendigkeit von entsprechenden Förderprogrammen aufzeigen. Genau, und meine Einladung soll sein, dass eben die Ergebnisse zusammengeführt mit denen der Netzwerktreffen von uns als SCB, dass wir unsere Stimme nutzen und an die Entscheidungsträger weitertragen und dort eben unser Netzwerk nicht nur hier heute untereinander nutzen, sondern eben halt auch in Kontakt treten. Sie haben, ich zeige diese Folie jetzt einmal kurz, Sie haben diese Schlüsselthemen und Leitfragen auch in Ihren Tagungsmappen in dem Magazin, was Sie ausgehändigt bekommen haben. Wenn Sie zur entsprechenden Seite blättern, dann können Sie das während der Diskussionsrunde eben auch sich selbst nochmal vor Augen führen. Als ich dazu recherchiert habe, also sowieso im ganzen Verlauf der Netzwerktreffen, aber auch für heute, kommt man natürlich nicht darüber hinweg, einzusehen, es gibt bereits sehr viel. Es gibt vor allem viele Ziele, aber wir wollen uns heute auch darüber Gedanken machen, wo diese Ziele bisher hingeführt haben und wo wir denn aktuell in der Bildung stehen, was Nachhaltigkeit und Umweltthemen betrifft. Genauso finde ich es wichtig, um eben auch das Positive im Blick zu behalten, positive Erfahrungen zu nennen und mit anderen zu teilen, auf die man gegebenenfalls zurückgreifen kann. Und genauso entscheidend ist natürlich auch, wenn Sie für sich selbst aus der Arbeit Hürden und Probleme uns mitteilen möchten, gegebenenfalls auch mit Verbesserungsvorschlägen, dann wäre ich Ihnen da sehr dankbar. Applaus 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 Vielen Dank.